In der heutigen Folge stellen wir euch einen echten Blickfang vor, den Kaminofen Vegas 835722 von der renommierten Marke Justus. Mit seinem eleganten, abgerundeten Design aus mattem Stahl und grauen Kacheln ist der Ofen ein wahres Schmuckstück für jedes Wohnambiente. Doch nicht nur optisch, auch technisch verspricht der Vegas einiges. Ob er die Erwartungen erfüllen kann, haben wir in einem ausführlichen Praxistest überprüft. Der Kaminofen verfügt über eine Nennleistung von 6 Kilowatts und erreicht dank moderner Brenntechnik einen tollen Wirkungsgrad von über 80% BI-Holz- oder Kohlebefeuerung. Mit dem Dreifachluftsystem für optimale Luftzufuhr kann er sogar im Dauerbetrieb über 24 Stunden betrieben werden. Dazu trägt auch die großzügige Brennraumgröße von 26, 5x32x27, 9 cm BEI. Die Abmessungen von 99, 4x51, 8x41 cm, erlauben eine flexible Aufstellung. Praktische Features wie Scheibenspülung, Röhrengriff und Warmhaltefach runden das Gesamtpaket ab. Nach der unkomplizierten Inbetriebnahme überzeugte der Vegas im Funktionstest auf ganzer Linie. Trotz der kompakten Bauweise entwickelt sich durch das großzügige Sichtfenster von 27, 4x29, 2 cm schnell eine beeindruckende Flammenoptik. Dank des dreifachen Luftsystems startet der Abbrand zuverlässig und entwickelt in kurzer Zeit eine angenehme Strahlungswärme für Räume bis 1,24 m³. Die Scheibenspülung hält die Sicht frei und durch den temperierten Griff lässt sich der Ofen stets sicher bedienen. Selbst über einen längeren Zeitraum läuft der Vegas effizient und nahezu emissionsfrei. Der Justus Vegas 835722 Caminoven ist eine wahre Perle für moderne Wohnräume. Das edle Design mit stilvollen Keramikflächen und der soliden Stahlverkleidung machen ihn zu einem tollen Blickfang. Dazu liefert der leistungsstarke Ofen dank dreifachem Luftsystem und 24-Stunden-Betrieb konstant gemütliche Wärme bei hoher Effizienz. Einziger kleiner Wermutstropfen war die leicht beschädigte Sichtscheibe bei der Lieferung, die der Verkäufer aber umgehend austauschte. Ansonsten überzeugt er Justus Vegas auf ganzer Linie als smarter und hochwertiger Kaminofen für höchste Ansprüche. Klare Kaufempfehlung. Klare Kaufmann